Bestellt, Leute, los! Menü 1, Suppe gibt es. Wer kommt zuerst rein hier? Let's go! Ausruhrzeichen Menü 1, also Menü. M-E-N-U-1. Oh, hier! Holodoo! Oh, Holodoo, du siehst so schnieker aus! Oh mein Gott! Haha, da ist Holodoo! Geil, Alter! Einmal Holodoo! Ja, komm! Suppe, 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 suppe! Let's go! Hier ist die Suppe! Oh! Sascha auch am Start! Ja, wir haben ein Tisch hier da! Und, äh, und Ferris! Oh, jetzt wird er voll hier! So, so läuft doch der Laden! Und Siphon! Oh, jetzt ist aber... Jetzt müssen wir hier gucken, dass wir hier auch schnell Suppe machen! Jetzt habe ich ja richtig alle Hand zu tun hier! Oh, oh! Oh, Wiesel auch am Start! Ja, ja, ich hab nicht so viel Suppe! Oh nein! Die Suppe ist alle... Weiß ich mich auch überfordert hier! Stopp, stopp, stopp! Ja, Suppe! Suppe hier! Oh mein Gott! Nein, das sind so viele! Suppe, Suppe, Suppe! Ja, holo, du! Ja, holo, du! Bist du Geduld haben bitte hier, ne, mein Freund? Du kannst mich auch nicht so hetzen hier! Ich muss auch noch abwaschen! Oh, scheiße! Jetzt sind da so viele hier! Ja, ja! Sascha ist doch gut! Sascha! Alles super hier! Ja, das ist ja geil, Alter! Los! Zack! Oh, alle winken hier! Ich kann nicht mehr! Ja, ja, ist doch gut! Ferris! Wenn du mich nochmal hier stören tust und winken tust, dann gibt es ein Bande! Das ist mir scheißegal! Ich kann jetzt den Chat nicht lesen, Leute! Julian! Oh, Julian! Julian, bist du auch am Start! Ja, alles gut! Gib eure Kohle her hier! Sehr schön! Ich habe schon 400! Ich habe keine, 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 keine Dinger mehr hier! Bisschen versalzen! Ey! So, zack! Oh, wir haben keine Suppe mehr, ne? Oh, das war's! Tag ist um! Kann man nochmal bestellen, eigentlich? Oh, sonst war es super, super 20 von 10! Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön! Gut geschmeckt, oder? Kann man nochmal bestellen oder kann man nur einmal bestellen, Leute? Versucht nochmal! Versucht nochmal, ob es nochmal geht! Da geht doch mal, da kommt schon mehr so von! Oha! Das geht nochmal! Wenn ich jetzt den Chat überlesen habe, Leute, es tut mir echt leid, es war gerade echt Action hier im Laden! Oh, das ist aber schon da alle! Gönnt euch! Oh, der macht aber richtig Kohle so! Ein Kipp-Up mit allem bitte! Ja, Kipp-Up haben wir noch nicht! Wir haben nur ein Menü! Und ich glaube, man muss gucken, wie viele Menü man machen kann! Dass ich hinterher komme hier! Hat es geschmeckt! Sie freuen sich ja schön! Oh, du auch hier am Start! Mensch! Wiesel, es kommt alle Rammer! Oh, das ist doch gut hier! Wir haben ja richtig Kohle hier! Aber ich bin alleine hier! Ich brauche Angestellte langsam! Wiesel hat keine Suppe mehr! Oha, Wiesel! Es tut mir leid! Übertreibt mal nicht, Leute! Übertreibt mal nicht hier! Oh, da kommen schon wieder alle hier! Oh, mein Gott! Servieren! Erst haben wir gar keine Kunden! Jetzt haben wir so viele hier am Start! Oder du? Sehr schön! Mit was verdient man gut, ne? Mit uns verdient man gut! Auf jeden Fall! Auf jeden Fall, ja! Oh, was ist hier los? Oh, ich! Alle am Subessen! Wiesel, Siphon, Favis! Hä? Wiesel? Äh... Wer ist jetzt der echte Wiesel? Er kann einfach doppelt reinkommen! Aber Leute, ihr müsst auch denn... Das ist ja komisch! Er ist einfach doppelt! Ich habe Zwillinge am Start! Oh, richtig Cash hier! Oh! Äh... 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 Wer ist das hier? Äh... 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 Gamer? Wer ist das jetzt? Äh... Julian Gamer! Ja, warte kurz! Haben wir noch Suppe? Äh... Ihr... 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 Ihr futtert die ganze Suppe auf hier! Oh, Sascha, das ist auch Hunger, wa? Das ist aber auch richtig Hunger, Sascha! Jetzt wird reingehauen! Äh... Jetzt aber... Wie lange geht denn der Tag noch? Jetzt ist aber der Tag noch richtig lang, ey! Oha! Jetzt ist aber der Tag... Leute, übertreibt mal nicht! Ja, es sind keine Teller mehr da! Oha! Alle Teller sind weg! Level 9! Hunger! Übertreibt doch nicht, Leute! Bitte! Die Suppe ist schon wieder alle! Die Suppe ist alle schon wieder, Leute! Warte, hab ich noch Suppe! Ich muss gucken, ob ich noch Suppe hab! Nein! 16! Egal! Ihr kriegt den Rest! Aber mehr hab ich nicht! Mehr hab ich nicht, Leute! Leute! Übertreibt nicht! Ich hab nicht mehr! Oha! Geld! Geld! Money! 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 Gebt mir euer Geld! Oha! Ich bin jetzt schon bei 15.000 gleich! Ja, mehr hab ich nicht! Leute, jetzt bitte nicht mehr bestellen, bitte! Nicht mehr bestellen! Keine Teller mehr! Ja! Teller! Ich hab keine Teller mehr! Ah! Meine Suppe! Ja, Teller! Oha! Ich will gleich den Teller weg! Ich muss mal ein paar neue Teller kaufen, denn... Jetzt wird... Eingauern! Ja! Bitte jetzt keine Suppe mehr bestellen, Leute! Oha! Der Tag ist noch nicht um! Oha! Ich mach neue Suppe! Ich mach neue Suppe schnell! Schnell neue Suppe machen! Eingaufe ich hab ich ja hier gekauft! Ach, es kommt grad keiner! Sehr schön! Ich hoffe, es kommt auch keiner mehr jetzt! Alles rein hier! Oh nein! Da hat äh... Wasser gefehlt! Oh nein! Oh nein! Gibt's die Butter? Ja! Wir können putzeln! Ah! Wiesel! Mann, Leute! Ihr habt alle hier... Kein Leben, wa? Ihr habt... Aber ich freu mich, dass ihr alle... Euch hier wohlfühlt in meinen... In meinen... In meinen Dings! Aber jetzt ist der Tag aber wirklich lang! Oh! 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 Wiesel! Wiesel! Er geht! Er geht! Wiesel! Hier! Hier! Ja, nehm... Nimm schnell! Ich kann ja nicht schätze nicht lesen, Leute! Ich bräuchte ja wirklich Unterstützung! Ist... Ähm... Ist Game Pass heute da eigentlich? Du musst mir helfen! Ich bin mir alle die Suppe! Du musst mir helfen! Ich brauche Unterstützung! Gibt's noch... Gibt's morgen Menü 2? Hier! Hier war voll... Oh! Nein! Die Suppe ist schon wieder alle! Ich habe zu viel reingemacht! Verdammt! Hä? Was ist denn los? Da ist doch die Suppe! Hä? Ich dachte, das ist schon wieder aus! Oder... Keine Tische mehr! Ah! Es ist keine Teller am Schrank! Achso! Oh! Oh! Mach zwei Töpfe voll! Dann hast du äh... Entspannter! Jaja! Genau! Ich muss gleich... Äh... Ah! Jetzt ist ja der Tag aber länger! Meine Freunde! Oder habe ich das Gefühl? Nicht so lecker ganz... Zeit... Das gleiche! Schnauze! Das ist ja der Tag!